Hallo bei den Spielzeugtestern! Hallo! Das fällt jetzt richtig nett! Das war richtig gut! Heute zeigen wir euch das Toaster-Spiel. Tobi Toaster! Ja, und ich sehe in der Luft ein fliegendes Haar. Da! 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 Das sehe ich nicht, Hannah. Da oben fliegt es. Ein Haar? Ja! Dann lass es nach oben fliegen. Ein Haar, das kann fliegen jetzt. Solange das Haar nicht in unsere Töpfchen hier fällt. Weil es gibt nämlich vier verschiedene Fendtchen. Welche Farbe willst du? Gelb! Bitteschön! Und zack! Genau, und dann gibt es die passenden Sets. Ja! Welche Farbe willst du nehmen, Mama? Ich nehme dann wohl blau. Ich nehme blau. Und auf meinem blauen Set, auf dem Tellerchen, ist ein Ei, Schokoaufstrich und Käse. Und was hast du, Hannah? Zeig mal, halt mal hoch. Hanna hat Speck, Honig und Marmelade. Speck? Honig und Marmelade. Marmelade. So, das ist Tobi Toaster. Ja. Die Augen hat Hannah selber drauf geklebt. Genauso wie die Eieruhr. Die Füßchen werden rangeknupst. Das ging ganz schnell. Das sind die Löffel. Und die Gabeln sind seine Hände. Das macht man auch einfach, weil sonst passt der nicht in diese Box rein. Okay. So. Dann habt ihr 40 Toastscheiben. Auf den Toastscheiben. Und der zuerst Hunger hat, der muss als erstes das Spiel erst machen. Okay, wer am meisten Hunger hat. Wir haben hier verschiedene Bilder drauf. Wir haben Eichen. Wir haben Marmelade. Wir haben Schokoaufstrich. Wir haben Marmel. Honig. Honig. Schinken. Und wir haben einen toten Fisch. Ja. Kannst du mir mal zeigen? So sieht der tote Fisch aus. Der Gammelfisch. Der will sie fangen. Insgesamt 40 Karten. Und die stecken wir jetzt erstmal hier rein. Es sind genau vier Schlitze. Ja. Hier ist die Schlitze. Und die müssen aber immer richtig rum. Also wirklich wie so eine Toastscheibe ist das auch. Könnt ihr hier sehen. Oh. Wie so eine Toastscheibe ist das geformt. Eins. Eins. Zwei. Immer wenn die nicht richtig sind. Tres. 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 Vier. Also immer zehn Stück. Jeweils in einen Schlitz. Tres. Und jetzt warte. Warte Schnucki. Ich will das erst erklären. Jetzt drücken wir gleich die Eieruhr hier runter. Dann passiert das Hochtisch. Dann müssen wir die auffangen. Richtig. Dann fliegen die Toastscheiben hoch. Und die auf den Tisch landen. Die müssen liegen bleiben. Genau. Und es fliegen immer ein bis vier Karten raus. Man weiß nicht, kommt vier Karten raus, kommt nur eine Karte raus. Das weiß man vorher nicht. Oder auch fünf. Nee, fünf nicht. Entweder ein, zwei, drei oder vier. Mehr Schlitze haben wir ja nicht. Und ihr müsst versuchen die aufzufangen. Die, die auf dem Tisch fallen oder auf dem Boden bleiben, liegen. Die brauchen wir nämlich, wenn der tote Fisch hochfliegt. Das sagen wir euch dann. Und das ist super schwer. Stimmt's, Hanna, die aufzufangen? Wir schaffen das immer nicht. Ja, man muss versuchen, ruhig zu bleiben. Nicht so viel rumfuchteln. Und ihr müsst versuchen, also am besten einfach fangen, was geht. Aber am besten ist natürlich, wenn man genau die drei Sachen fängt, die hier auf dem Tellerchen liegen. Wenn man was anderes fängt, dann darf das hier abgelegt werden. Das braucht man dann, wenn der tote Fisch kommt. Aber ich drücke jetzt erst mal. Bist du startklar? Auf die Plätze. Fertig. Tobi Toaster. Nochmal. Aber erst umgelöst. Nein, nur die, die wirklich so rum gefallen sind, Hanna. Weißt du? Einige fallen so rum, einige so rum. Auf die Plätze. Fertig. Tobi Toaster. Tobi Toaster will nicht. Jetzt. Oh, ich habe einen toten Fisch gefangen. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, normalerweise ist es so, dass wenn man aus Versehen diesen fauligen Fisch hier fängt, dann müsste ich jetzt alle Karten, die ich eingefangen habe, müsste ich jetzt normalerweise hier wieder hinlegen. Aber wir haben noch gar nichts gefangen. Also ist es egal. Stimmt? Auf die Plätze. Fertig. Tobi Toaster. Wow, alle in deine Richtung. Lass liegen. Lass liegen. Na, lass liegen. Auf die Plätze. Fertig. Tobi Toaster. Also es ist echt schwer. Wollen wir die drauf liegen lassen oder nimmst du die runter? Okay. Ich habe eine, ich habe eine. Aber ich habe schon gesehen, ich habe Marmelade und... Ich brauche Marmelade. Ja, ich lege die jetzt hier bei mir. Könnt ihr gerade gar nicht sehen, ne? Ich mache das mal so. Und hier ist noch gar nicht... Ist noch was drin? Ja. Gut. Weil eigentlich noch... Manchmal fliegen die ganz hoch und manchmal ganz niedrig. Achtung! Das war richtig hoch. Ja. Hast du eine gefangen? Ja, den. Schummelst du etwa? Der war hier. Ist voll auf meinen Teller gefallen. Und jetzt hast du ihn in die Pfanne getan? Ja. Okay, dann zeig mal, was du hast da. Was ist denn das? Honig. Kannst du Honig gebrauchen? Ja. Hier. Die Anna schummelt ein bisschen. Ist gar nicht schlimm. Nein, ist auch nicht schlimm. So, gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Schub mich los da. Boah. Die fliegen immer in deine Richtung. Die mögen dich lieber. Auf die Plätze. Fertig. Los. Schub mich los da. Nichts. Na, nicht noch mal schummeln, Fräulein. Ist noch was drin? Ja? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Auf die Plätze. Fertig. Ey. Oh, ich hab einen gefangen, Hannah. Ein Spiegelei. Ich kann ein Spiegelei gebrauchen. Na, 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 na. Ich will nur kochen. Na, 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 na. Ich brauche nur noch Marmelade und Fleisch. Was war das denn? Die fliegen fast bis an die Decke. Ja, was? Was machst du dahinter, Tobi Toaster? Die war schon mit. Nur noch Marmelade. Na, 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 na. Dann versuch die Marmelade zu fangen, Hannah. Ein paar sind da noch drin. Was war das denn? War das die letzte? Nee. Eine ist noch. Yay. Ich hab sie gefangen. Aber Speck. Ich kann kein Speck gebrauchen. Also, ich hab ehrlich, auch ehrliche Weise gefangen. Ein Spiegelei und... Oh, wir haben gar nicht drauf geachtet, dass ein Fisch rausgeflogen ist. Ja. Upsi. Upsi. Das kommt, weil ich immer so aufpassen musste, was du da hinten treibst. Weil normalerweise ist das so, wenn nämlich ein Fisch rausfliegt, dann darf man die Karte, die hier drüben liegt, die darf man dann tauschen. Die könnte ich jetzt tauschen, weil die passt ja nicht zu mir. Und könnte mir dann zum Beispiel hier die Schokocreme nehmen, aber nur die, die mit dem Bild nach oben liegen und hier rauflegen. Und dann wird gezählt, wer am meisten Karten auf seinem Tellerchen hat. Jetzt haben wir das mit dem Fisch vergessen. Also, wenn wir das gemacht hätten, hätte ich zwei. Und wie viele hättest du? Ich will Marmelade-Pausen. Endlich. Anna spielt nach ihren eigenen Regeln. Ja. Ich kann auch eigene Regeln. Du machst nach eigenen Regeln. Nochmal, nochmal. Viel spielen nochmal. Und diesmal versuchen wir das richtig zu machen, ohne zu schummeln. Ja. So. Oh. Ich habe eine Hand. Wirklich? Ja. Das hier. Anna hat Speck gefangen. Ich habe das hier hinter Krim gesehen. Richtig gut, Anna. Ich habe das einfach nicht geschummelt. Siehst du, geht auch ohne schummeln. Halt dein Fähnchen fest. Das macht nichts. Nochmal. Gib mir fünf. Das Spiel ist übrigens ab vier Jahren. Das passt super gut. Denn wie alt bist du, Hannah? Vier. Genau. Und das ist für zwei bis vier Spieler, weil wir eben vier Fähnchen haben. Zwei bis vier, man kann das natürlich auch alleine üben. Damit man beim nächsten Mal ein bisschen besser ist. Ne, Schnucki? Ja. Ja. So, wir üben jetzt noch ein bisschen. Da ist noch viel Luft nach oben bei uns. Stimmt's? Ja. Wir müssen echt noch üben, 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 hannah. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtesten. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020